Die Schilling Münzen und Scheine finden sich vor der Himmelstüre ein und bitten um Einlass. Da kommt Petrus und fragt, was wollt ihr denn hier? Die Einführung des Euro war unser Tod, antworten darauf die Schilling Münzen und Scheine und jetzt möchten wir in den Himmel. Gut, dann kommt rein. Petrus öffnet die Himmelstür und lässt die Groschen und Schilling Münzen ein. Auch die 20 Schilling Scheine gehen durch das Tor in den Himmel. Dann schließt Petrus überraschenderweise wieder das Tor und das übersteigt das Verständnis der Fünfziger, Hunderter, Fünfhunderter, Tausender und Fünftausender. Sie sind empört. Warum dürfen denn die durch das Tor und wir nicht? Da zuckt Petrus mit den Achseln und erklärt, tut mir wirklich leid, aber euch habe ich in der Kirche noch nie gesehen.